hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft ich habe mich jetzt mal im internet schlau gemacht und müssen die ganze scheiße ein stil verbaut weil ich sonst das ganze weil die ganze monster hier raus springen können am rand das heißt dass sie mal eben schließen aber ich muss nicht auf dem ansatz gar nicht mal so weit weg also so arg denn ich bin doch nicht naja das soll ich mal alles mal weg machen hier ach ja schön ich und meine felsen aber naja gut das gehört einfach zu lesen dazu das macht die marke racer games so mein gott wir müssen mich jetzt hier einfach alles ein stil verbaut ich weiß ja ein bisschen sogar noch ein stil verbauen wobei so ist okay zwei blöcke tief genau ja zwei blöcke tief lalala ist aber der ganze scheiß normal umrunden aber gut kann man ja nix machen ne aber was kann man eigentlich ist alles reden ich weiß es nicht ich weiß was in der woche passiert wo ich weg bin wahrscheinlich ist gerade voll das gute thema weil ich hatte keine ahnung was im wort in einem plant ist oder so eine scheiße aber wie ist gerade sonntag leute also ne schreibt nicht wir können auch darüber reden manchmal aber bei euch ist gerade mittwoch ne schon gar nicht bei euch ist gerade dienstag dienstag ah schön lalala so davon werden später den monster fallen danach machen wir wieder was in der frischen luft nicht hier unten im keller alleine mit monstern oder so noch ich dachte wir werden sie fertig ach man naja egal läuft ja ich bin kein bisschen ruhiger weil ich eigentlich nicht weiß über was ich reden soll so gut ich habe mal bei meiner arbeit nach und vielleicht schweige ich aber auch mal ein bisschen vielleicht auch mal ganz schön weil meine stimme man nicht hört wenn man mal so ein bisschen der musik lauschen kann so und zwar geht das nämlich jetzt ähm like boss ne hänger 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 wieso hängt das denn das jetzt äh das ist jetzt ist mir eine platte voll ist mir eine platte voll ne scheinbar nicht ok warum auch immer und ja was um hier raus zu kommen so so genau dann nehme ich noch den block drüber und dann geht es nämlich folgendermaßen macht nämlich einmal so einmal so einmal so einmal so macht die schilder hin ja erstmal füllen verbauen und dann puttet man hier die stairs hin eigentlich voll simpel und dann mache ich hier noch eben ein Loch dann macht man immer so dann machen wir es nämlich so wenn ich ein monster bin klatsch nein warte äh ich kann nichts äh ich probiere rauszuspringen aber es geht nicht verdammt ok ok wo die wüsse es gehen ja passt da oder das ding ist jetzt allerdings würde die allerdings die weise hat den mann hat nämlich zu lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Musst du mich so machen Ah, Mann Äh, komm, wenn man sich umdreht, ganz schnell Kann man auch die Pixel sehen Oh, geil Spaß So, lalalala Die Drecksfelder, damit man sich nicht ins Stille kommen Ins Stille In die Stille kommen Und hier ist Stein Sieht man gar nicht so gut, ne Naja Lala, schwupptibu Uah Och, jetzt geht der Scheiß, wir sind nicht schon wieder los Warte mal, ich mach das gleich mit der Treppe Genau Und dann, äh, komm ich jetzt hier am besten hoch Machen wir so und so Und wir kommen jetzt hier mal eben Einfach So, dass ich hier einfach rüber kann So, dann kommt hier einmal Wasser Ach ja Und Und hier einmal Wasser Denn dann Sind wir cool Ne, dann sind wir nämlich, äh, cool Machen wir nicht hier nochmal weg 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 Dann kommen nämlich hier wieder Schilder hin Genau, ich hoffe mal Nichts wird richtig Drei, vier Warte mal Jo Passt du weit, ne Oh, nein Ach, leck mich doch mal Äh Wie gesagt, ich finde alles am Rand aus Managen Ne, ich muss natürlich runterspringen So, und so Komma, perfekt eigentlich schon Jetzt müssen wir eigentlich nur noch was von hier Komm, warte mal Ähm Ich muss hier einmal eins Da muss ich nämlich Zwei Oder so Ne, aber jetzt muss ich das so machen Weil sonst haben wir nämlich ein Problem Wo hast du schon noch ein Problem Weil ich hier gerade Ah Alter, ich geh weg Ich geh weg Alter, jetzt geh mal Hier, scheiß Skelett Oh, Mann, ey Ich bin Zombie Ich bin da auch Nein, ich kann nicht mehr sprinten Verdammt Ah, geh weg Na, egal Läuft Ah, Mann Sieh, da ist das drin Nö Ach, Mann, ey Sag ich jetzt so ein Nose-Creeper oder sowas Nose-Creeper Ha Wenn man einfach hier mal so ein Bild noch Da, wo das irgendwie gerade brennt Nein, ne, wo ich gesagt habe Zang Zang Du willst nicht wissen, wie viele Skelette sich da reinverirrt haben In die scheiß Falle, weil da Wasser ist Aber du scheiß Skelett, ne Alter, das kann doch nicht sein, ganz ehrlich Du hast gar keine Chance gegen die Die sind viel zu overpowered, Mann Muss man doch mal sagen Alter, ich muss weg Boah, ne Spaß, ne Ja, komm doch raus Ja, aber traust du dich nicht, weil er dann hier verglüst Und mir sei leid Du hast keine Chance gegen die Scheiß Ich muss weg Nee, keine Chance Alter, die sind viel zu overpowered Jetzt hörte der mich auch am besten noch Ach, verdammt Ja, willst du nicht rauskommen, hä Bist du feige Ich brauche echt mal einen Bogen, ja Ohne Scheiß Sind mal eins, zwei, drei, vier Fünf, sechs, sieben Ach man Acht Ach, natürlich Habe ich ja fast vergessen Da ist auch noch ein Skelett drin Alter, geh doch mal weg hier Da geht die scheiß Falle Mann Alter Ja, so eine Scheiße Joomila So Da hat das Beispiel noch alles abgedeckt hier Muss aber es sein, wie ein Wasserfluss What Sechs, sieben, acht Hä, wieso Oh, ich habe vergessen Ah, ich habe das falsch gesetzt Das scheiß Wasser Ach man Ich bin gerade so leicht gereizt Vielleicht hört man das Aber nur viel leicht Ja, toll Nein Jetzt Boah, perfekt Nur mal meine Reben zu Und hier auch Ja, so wollte ich es doch haben, ne Ich meine Ich meine auch, weil es eine scheiß Arbeit ist Alles zu machen Verdammt Egal, hier ist schon fertig, oder? Ach, wieso? Guck mal, ich mache hier mal eben Warte mal So Aber ich nehme hier auch mal ein bisschen Wasser Können wir auch gleich nutzen mal Oh, hi Was ist das denn wieder für ein scheiß Bug? Hä? What the fuck? What the fuck? Ein Smith Äh, dann kommen nämlich Wir gehen das nochmal hier Schilder hin Einmal und zweimal Und dann Ach man, leck mich doch mal Was soll die Scheiße denn mit den Verdammten Treppen, ey Habe ich das jetzt hier nochmal gemacht Als nah am Schilder ist, okay Mann, das regt voll auf Wieso machen die Treppen denn Wer braucht denn Treppen auf den Kopf? Jetzt mal ganz ehrlich Das ist ja wirklich nicht mehr lustig Ein bisschen scheiß Axt jetzt nirgendwo Ah doch da oben Alter, muss man doch mal so sagen Ganz ehrlich Wer braucht denn die scheiß Treppen auf den Kopf? Bisschen, also hat sich das gewünscht Das ist ja völliger Scheiß So Musste mal raus, jetzt ehrlich So, wir kommen jetzt hier hoch da So, ja, ja So Und So Natürlich gibt es wieder einzelne Minecraft-Bugs Die einen aufregen So Ohne Spaß, ne? Manchmal denke ich mir nicht so So, ich brauche noch eine Carrot So So Fuckleys haben wir auch Hier muss noch was hin So Ähm Dann müssen wir hier eins runter Ohne Und dann geht das doch so Hier Schild Ach Also wie hier Und dann hier die Treppen, oder? Nein Ach Mann, das ist Gott sei Dank Wenn sie echt Wer baut Treppen auf den Kopf? Wer? Dann muss man mal auf die Fresse schlagen Auf die Kauleiste Machen wir mal schlagen Ja Genau Das war nicht dieselbe Situation wie davor Nämlich eine Scheiß-Situation Aber gut So So Hier wieder Schilder hin Und Hier kommen Treppen Äh Alter Mann Kann ja nicht wahr sein Ins ehrlich Ich bin verzweifelt Sagen bisher schon überall Hier glaube ich noch nicht, oder? Genau Hier brauchen wir noch Wow Alter Voll die Dabse-Bewegung gerade So Das war die Folge Weil ich glaube nicht, dass meine Platte weit voll ist Und ich habe schon noch ganz 70 Folgen drauf Ich muss auch noch erinnern Und ich werde wieder wieso schnell Also mit einer neutralen Macht Und ciao Danke, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeguckt hast Das freut mich sehr Was mich aber noch mehr freuen würde Ist, wenn du mich abonnieren würdest Oder mir einfach eine Beweisung da lassen würdest Ganz einfach mit Daumen nach oben Oder nach unten Auch kannst du mir einen Kommentar zu dem Video schreiben Egal ob Tipp, Kritik oder sonst irgendwas Und ansonsten würde ich sagen Sehen wir uns in einem meiner weiteren Videos Tschüss